Musik Hey Bones! Hey Bo! Ich brauch den Todeszeitpunkt, Bones. Wenn möglich schon vorvorgestern. Okay, dann der Schnelltest. Bitte das mal halten. Was soll das, Bones? Bones, musste das sein, Bones. Du weißt doch, dass ich das nicht abkann. Bei der Menge beträgt der Ekelfaktor einer zimperlichen Person wie dir bezüglich der Verwesung exakt 13,75 Periode 1. Dementsprechend ist er oder sie seit sieben Wochen tot. Du bist ein Genie, Bones. Dann muss das hier diese Maklerin sein, die seitdem verschwunden ist. Nein, das kann nicht sein, Booth. Die war gute 3,75 Zentimeter größer. Moment. Bones! Booth. Korrigiere auf siebeneinhalb Wochen. In dem Fall haben wir eine vermisste Frau, die heute hätte heiraten sollen. Verdammt, Bones. Hey, Bones. Das ist der, Bones. Heute hätte seine Hochzeit stattfinden sollen. Stattdessen müssen wir dem armen Kerl sagen, dass seine Verlobte ermordet wurde. Tragisch. Tragisch? Verstehe ich nicht, Booth. Bones. Bones, sei diesmal ausnahmsweise ein bisschen sensibel, okay, Bones? Okay, Booth. Mr. Nordman? Ja? Ich bin Special Agent Sealy Booth und das ist Dr. Brennan von Jeffersonian. Sie ist tot, nicht wahr? Veronica ist tot. Warum weint der Booth? Weil er sie liebt, Bones. Und weil er sich seit sieben langen Wochen fragt, was mit ihr passiert ist, okay, Bones? Sensibel, Bones. Gute Nachricht, Mr. Nordman. Was? Sie können aufhören zu weinen. Wir haben ihre Verlobte gefunden. Yeah. Wirklich? Gott sei Dank. Wann kann ich zu? Ihr fehlt hier was? Nein, ihr fehlt nichts. Soweit ich das beurteilen kann, ist alles dran. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Ich dachte, ich könnte ihr niemals diesen Ring an den Finger stecken. Doch, das können sie. Er muss nur ein bisschen enger gemacht werden. Oh mein Gott! Bones, Bones, Bones. Was denn? Sie muss vor ihrem Tod sehr gelitten haben. Das kann man deutlich an der Kieferstellung erkennen. Sie hat sich offenbar die Seele aus dem Leib geschrien. Hier wurde sie mit einem solchen Messerschwer misshandelt. Ungefähr so. Oh. Bevor ein Kopfschuss ungefähr hier ihrem unerträglichen Leiden ein Ende setzte. Oh mein Gott! Bones! Booth! Der Mann hat gerade seine Verlobte verloren, Bones. Und das an seinem Hochzeitstag. Und? Ich kann da keinen logischen Zusammenhang erkennen, Booth. Entschuldigung. Ja. Die Hochzeit, Bones. Der schönste Tag des Lebens? Komm schon, Bones. Hast du als Kind nie davon geträumt, in einem weißen Kleid durch ein Meer von Rosenblüten zum Altar zu schreiten, Bones? Nein. Derartiges Verhalten macht keinen Sinn, Booth. Hast du überhaupt keinen Sinn für Romantik, Bones? Doch, Booth. Ich finde es zum Beispiel sehr stimulierend, mich mit dir zu unterhalten, Booth. Sehr sogar. Aber jetzt entschuldige mich. Es geht einfach nichts über eine frische Leiche, bei der das Blut noch warm ist. Es geht einfach nichts über eine frische Leiche, bei der das Blut noch warm ist.